Grün oder weiß? Weiß. Ich muss sagen, gerade wenn es um Mode geht, ziehe ich mich ungern bunt an. Deswegen weiß geht immer. Couch oder Party? Couch. Es hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Aber mittlerweile echt Couch. Kaffee oder Tee? Ich trinke tatsächlich beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, Kaffee. Cola oder Fanta? Cola. Instagram oder Snapchat? Instagram. Instagram oder TikTok? Ja, mittlerweile sogar TikTok. TV oder YouTube? YouTube, weil mir im TV zu viel Quatsch läuft. Film oder Serie? Serie, aber eher kürzere Serien. Also wenn ich dann die schon anklicke und sehe, okay, acht Staffeln, zehn Folgen, dann fällt es mir schwer, weil ich die in der Regel nicht zu Ende schaue. Hast du eine Hütte-Serie? Es war auf jeden Fall Prison Break und Suits. Kino oder Netflix? Ich gehe gerne raus, deswegen Kino. Nachos oder Popcorn? Ja, aber auf jeden Fall süße Popcorn. Pasta oder Pizza? Ich esse öfter Pasta, aber deswegen freue ich mich auch mal auf eine Pizza. Salzig oder süß? Eher salzig, also das habe ich mir aber auch ein bisschen abgewöhnt. Mittlerweile, ich habe früher viel Süßes gegessen, mittlerweile gar nicht mehr. Aber wenn es mal was sein darf, dann? Ein Brownie. Saison oder Urlaub? Saison. Krafttraining oder Lauftraining? Krafttraining. Ecke oder Freistoß? Eher gut, kommt halt drauf an, wo der Freistoß ist, also Freistoß. Selbst schießen oder in der Mitte lauern? Ich schieße die auch gerne. Ja, okay. Dann direkt oder einfach? Ja, boah, kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber ja, ich kann es schon mal probieren, ja. Assist oder Tor? Assist. Sagen auch weniger. Warum? Ja, weil, erst mal, ich komme öfter in die Position zum Flanken zum Beispiel und ich bin grundsätzlich nicht der geborene Goalgetter, deswegen gerne Assist. Startelf oder Joker-Tor? Ja, Joker-Tor. Favorit oder Underdog? Ja, gerne auch der Underdog. Meisterschaft oder Pokalsiege? Ich würde sagen, auf jeden Fall Meisterschaft, weil du einfach viel mehr Spiele hast und das dann noch mehr verdient hast, in meinen Augen. Messi oder Ronaldo? Ronaldo, weil er für mich einfach der härtere Arbeiter ist. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? Für die Fans 5 zu 4. Hat-Trick oder Last-Minute-Siegtor? Gewinnen wir auch mit dem Hat-Trick? Ich nehme mal an. Ja, dann auf jeden Fall. Samstag 15.30 Uhr oder Flutlichtspiel? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich spiele lieber mittags, weil man den ganzen Tag eigentlich nur darauf wartet, bis endlich das Spiel beginnt. Das ist auch ein bisschen schwierig, aber die Stimmung bei so einem Flutlichtspiel ist natürlich besser, deswegen Flutlichtspiel. Anzug oder Jogginghose? Also ich trage tatsächlich nicht oft Jogginghosen, jetzt auch nicht oft Anzüge, aber deswegen Anzug. München oder Nürnberg? München. Aber ich musste lange überlegen. Lebercase oder Weißwurst? Oktoberfest ist cool oder uncool? Ja, auf alle Fälle. Also schon schön. Ich ziehe auch gerne Tracht an, deswegen, ja, mag ich. Essen gehen oder selber kochen? Also ich muss sagen, ich koche sehr gerne, aber ich gehe auch sehr gerne essen und ich mag halt das Aufräumen danach nicht, deswegen Essen gehen. Dreierkette oder Viererkette? Dreierkette. Date mit der Freundin oder Fußballabend mit den Jungs? Fußballabend mit den Jungs. Du hast überlegt, ob du das auch hast. Ja, wahrscheinlich. Kriege ich Ärger. Ja? Nee, Spaß. Bleibst du da? Ja, sie ist ja dabei beim Fußball. Ach so. Ja, genau. Ok.